Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben gerade den Spülkasten aus dem neuen Prevista-System gesehen. Eine der typischen FIGA-Innovationen aus dem Kompetenzfeld Trinkwasserhygiene. Aber so ein Spülkasten muss natürlich irgendwo eingebaut werden. Wir brauchen also ein entsprechendes Vorwandssystem. Herr Lauerer, welche Maßstäbe legen Sie als Planer dabei an? In erster Linie zählt für uns Planer immer die Qualität und Hochwertigkeit der Systeme. Dabei müssen wir den Bauherrn aber immer die individuelle Gestaltungsfreiheit lassen. Ja, und damit haben wir mit Prevista die besten Voraussetzungen. Prevista ist ein System für alle Anwendungsbereiche. Ob Nass- oder Trockenbau, ob für den Objektbereich oder die moderne Badgestaltung. Wir haben für alle Bereiche die gleiche Spültechnik und die Kunden haben die freie Auswahl bei den Betätigungsplatten. Hier bieten wir in drei verschiedenen Preissegmenten umfangreiche Designauswahl aus hochwertigen Kunststoffen, aber auch aus Metall, aus Glas, aus Holz und auch hinterleuchtete Möglichkeiten an. Mehrwert und höchsten Komfort bieten zusätzliche Assistenzsysteme. Wir haben hier individuell höhenverstellbare Waschtisch- und WC-Lösungen. Herr Lauerer, probieren Sie doch einfach mal aus. So kann ich meinen Waschtisch individuell an die Höhe des Nutzers anpassen und auch beim WC habe ich die Möglichkeit, hier entsprechende Höhen anzupassen. Gerade im Mehrgenerationenhaushalt habe ich dort die entsprechenden Möglichkeiten. Und gibt es auch was Neues im Bereich der Betätigungsplatten? Ja, bei den Betätigungsplatten haben wir die neue Visein Format 205. Ist sensorgesteuert, ein sehr edles Design mit einem Chromrahmen mit Schwarzglas und mit einer Punktwolke, die dort hinterleuchtet ist. Und ich brauche zur Betätigung einfach nur mit der Hand dort vorgehen und die Leuchtwolke zeigt die entsprechende Spülmenge genau an. Darüber hinaus liefern wir weitere Betätigungsplatten in aktuellen Trendfarben. Wir sehen hier die matt-schwarze Armatur und auch bei den Betätigungsplatten bieten wir diese Farbe entsprechend mit an. So kann ich hervorragend kombinieren. Und wie passt das zu den restlichen Bordeinrichtungen? Ja, gerade die Kunden, die einen hohen Designanspruch haben, möchten natürlich ihr Farbkonzept durchgehend gestalten. Und daher bieten wir jetzt auch unsere Duschrinne CLEVIVA in den entsprechenden Trendfarben an. Hier in matt-schwarz, passend zur Armatur. Und dieses Design mit der flachen Oberflächenentwässerung hat schon mehrere Designpreise gewonnen. Und neben dem Schwarz kann der Kunde auch mit weiteren Designelementen in Kupfergold, Champagner, Goldfarben sein Bad aufwerten. Und die gleichfarbenen Ablaufgarnituren für Badewanne und Dusche ergeben dann ein stimmiges Gesamtbild. Ja, das sind ja tolle Auswahlmöglichkeiten bei der Badplanung. Da wurden doch viele Wünsche für Sie als Planer berücksichtigt, oder? Ja, damit bietet FIGA echt ein großes Produktsortiment, aus dem man dem Kunden individuelle Lösungen vorschlagen kann. Ja, darüber hinaus haben wir natürlich noch viele Ideen und entwickeln neben der Technik natürlich auch das Design weiter. Aber welche Anforderungen und Fragen haben die Handwerker? Hierzu schalten wir aus dem wunderschönen Ausstellungsbereich auf eine Baustelle und sehen dort den zweiten FIGA-Experten, Herrn Stefan Hoff. Hallo Stefan! Hallo Christoph! Wir sind hier auf der Baustelle des neuen FIGA-Seminarcenters, der FIGA World, in der gerade die Sanitär- und Heizungstechnik installiert wird. Und neben mir steht Herr Clemens Bieg, Sanitär- und Heizungsbaumeister, der uns sicher seine täglichen Anforderungen aufzeigen kann. Ja, dann sage ich doch auch Hallo Herr Bieg und frage Sie einmal ganz direkt beim Thema Vorwandtechnik. Was sind Ihre Anforderungen an ein modernes Vorwandssystem? Wichtig ist, dass die Qualität stimmt, die Produkte leicht verarbeitet werden können und somit meine Kunden zufrieden sind. Ja, und auf die Verarbeitung haben wir bei der Entwicklung von Prevista besonderen Wert gelegt. So sind alle Bauteile, die mit der Hand zu montieren oder mit der Hand einzustellen sind, gelb eingefärbt. Zum einen sehen Sie, dass es sehr viele gelbe Bauteile gibt und Sie daher kaum Werkzeug für Prevista benötigen und durch die gelbe Farbe ist die Montage selbst erklärend und einfach. Herr Bieg, neben der schnellen und einfachen Montage, was macht für Sie Prevista zur neuen Generation der Vorwandtechnik? Für mich gibt es nicht nur einen Grund. Es sind die vielen Feinheiten und kleinen technischen Lösungen, die das System bietet. Genau diese haben wir ja mit den Fachhandwerkern, also zum Beispiel auch mit Ihnen, Herr Bieg, zusammen entwickelt. Die Fußbefestigung mit dem Befestigungsklip, die neue Wandbefestigung ermöglicht das Ausrichten im Handumdrehen, der Schnellspanner kann lösen und wieder befestigen in Sekunden und der Schnelladapter mit Überwurf zur schnellen Montage am Eckventil. Und damit haben wir auch einen einfachen Übergang auf das Raxofix Kunststoffrohrsystem. Raxofix ist aber doch kein neues System, oder? Raxofix haben wir mittlerweile seit zwölf Jahren im Programm und ist bei Planern und ebenso bei Fachhandwerkern beliebt. Wir haben schon damals Themen berücksichtigt, wie druckverlustoptimierte Fittings mit guten Strömungseigenschaften, die eine kleinere Dimensionierung der Leitungssysteme erlauben. Darüber hinaus haben wir hochwertige metallische Fittings ohne Dichtelemente und eine sehr schnelle und sichere Montage für den Fachhandwerker. Aber wisst ihr was? Kommt doch einfach mal bei uns vorbei und schaut es euch live an. Oh, vielen Dank, Stefan. Die Einladung nehmen wir gerne an. Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Lauerer, dass Sie unsere Reise begleitet haben und wir auch Ihre Impulse mitnehmen durften. Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Interesse haben an weiteren FIGA-Themen wie Trinkwasserhygiene, smarte Werkzeuge und Services oder digitales Bauen, dann schauen Sie sich doch gerne die anderen Folgen an.